zum hadis ist es eine lange reise endlich da den eingang bewacht persephone sie verlangt auch das eintritts opfer odysseus begegnet dort seinen toten mitkämpfern aus troja was für ein schrecklicher anblick und dann erscheint der seer tairesias der odysseus die zukunft vorhersagt poseidon ist wütend weil seinem sohn das augenlicht geraubt hast ihr werdet wohlgenährte rinder treffen die ihr keinesfalls essen dürft gefahr droht auch vom schleimigen fressmonster und vom gurkelschlurf sowie den säuselnden sirenen zu hause wird deine ehefrau umschwärmt du aber wirst sie alle töten gleich wird antikleia die in hohem alte verstorbene mutter erscheinen ihr sohn ist zu besuch welcher sohn ich hab keinen sohn ich muss aufs klo ihr sohn ist odysseus und er ist ein kriegsheld ich will ins bett wo ist mein fernseher gleich sind wir da da ist ihr sohn der kriegsheld wer ist der mann ich will ins bett ich muss aufs klo nix wie weg und man segelt schnell wieder gen osten jetzt hab ich ihn gefunden endlich zwischen italien und sizilien liegt die meerenge von messina dort gibt es gefährliche strömungen und strudel die schiffe drohen an die felsen geschmettert zu werden steuerbaut steuerbaut schnell oh weh das ist charybdis gefährden stürzen in den strudel oje oje das hier ist charybdis das alles verschlingende fressmonster so zumindest die mythologie was aber sagt die wissenschaft wir sprechen hier vom schwarzen schlund jenseits dieses ereignishorizontes wird alles verschlungen nix kommt zurück keine leiche kein licht nix schon wieder sind geliebte gefährden gestorben dabei haben wir das sirenenproblem so genial gelöst nämlich so was ist denn mit denen los schwules pack was ist passiert meuterei keineswegs alle meine befehle wurden ausgeführt die gefährden wurden verstöpselt und waren gefeit sowohl gegen den sirenenlockgesang als auch gegen meine befehle steuerbaut 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 geile weiber steuerbaut ihr idioten steuerbaut ihr arschlöcher los segel rum ihr knallköppel los geile weiber steuerbaut rum ich selbst habe mir jegliche tätigkeit verwehrt wenngleich nicht den genuss der lockgesänger weiter geht's wohin nach ithaka natürlich hunger 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 kein rindfleisch leute streng verboten Geht ja auch ohne, logo, muss ja sein, reine Willenssache. Es sind die heiligen Rinder des Sonnengottes Helios, wir werden die heiligen Rinder des Sonnengottes Helios nicht anrühren. Speiseplan der ersten Woche, Gelibberqualle in Meerwasser, ein knusprig gerösteter Kakerlake. Speiseplan der zweiten Woche, Kakerlakenmus auf Küstenqualle-Tentakel. Und kurz darauf. Ich fass es nicht. Meine Rinder, unverschämt! Auch Bruder Poseidon beklagte sich kürzlich über diesen Odysseus. Meinem Sohn das Auge ausgestochen. Frechheit! Die Götter dulden keinen Ungehorsam. Lasst uns abhauen, Leute! Sicher ist sicher! Jetzt ist er fällig! Jetzt sind alle tot. Alles! 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 Alles!